Yo Leute, was geht? Heute habe ich meinen Teleport Litsch für euch, aber bevor wir jetzt damit anfangen, möchte ich euch nochmal ganz kurz auf mein Unlock All und Modded Account gewinnspielenweisen. Dafür müsst ihr nur einen Like da lassen, den Kanal abonnieren, in die Kommentare schreiben, Hashtag Team Hero, warum ihr gewinnen wollt und mir auf Instagram folgen und meine Bilder liken. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung und jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit dem Video. Let's go! Zuallererst müsst ihr jetzt in euer Interaktionsmenü gehen und dann geht ihr auf Markierungen ausblenden, dann auf Jobs und dann müsst ihr alle Jobs auf eigene stellen. Und ihr seht es jetzt auch schon ganz oben auf der Karte, ich bin jetzt ganz oben Leute und jetzt könnt ihr euch zu jedem Rennen hin teleportieren. Das heißt überall auf der Map, wo eine Fahne ist. Das heißt zu jedem Rennen. Ich habe es jetzt von ganz oben bis nach ganz unten gemacht, ihr könnt überall hin teleportieren, wie ihr möchtet. Und jetzt müsst ihr jetzt einfach den Job starten. Auf der Playstation ist es die Viereck-Taste, auf der Xbox weiß ich es nicht. Da müsst ihr es einfach gucken und dann hostet ihr den Job einfach alleine. Ihr könnt das Ganze auch in einer öffentlichen Sitzung machen. Ich habe es hier aber in einer Einladungssitzung gemacht. Dann geht ihr auf Einstellungen bestätigen und wartet, bis ihr das Spiel starten könnt. Und wenn ihr das Spiel gestartet habt, dann werde ich euch gleich mal sagen, was ihr machen müsst. Das heißt, ihr startet ihn jetzt alleine oder halt mit anderen Spielern. Das ist total egal, es geht überall. Und wenn ihr in dem Menü seid, wo ihr das Fahrzeug auswählen könnt, dann geht ihr einfach raus. Und jetzt werdet ihr sehen, dass ihr nach ganz unten teleportiert seid. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Likeziel sind die 88 Likes. Lasst uns das Likeziel schaffen. Und ich würde sagen, ich bin raus. Haut rein. Und ciao.